Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wollte euch nur mal sagen, dass Dragon Ball Online wieder spielbar ist. Da war ein Gast dabei. Hallo. Hallo, das ist der Simpel. Und ja, seit gestern um 21 Uhr oder 22 Uhr ist der Super wieder online gegangen. Also vorgestern war der wieder online, aber um 1 Uhr 22 war es glaube ich mal, ist er wieder offline gegangen. Und wollte ich nur sagen, dass das wieder Dragon Ball online wieder online ist. Das heißt, ihr könnt wieder zocken. Wir können endlich wieder Dragon Ball spielen. Ich bleib hier steckt. Ey, ey, guck, guck, guck. Ich leuchte jetzt. Ähm, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns spielen, weil wir zocken das gerade richtig. Weil wir zocken das lieber bevor es wieder offline geht, stimmt's? Ja. Oh, ne, da greift mich schon, da greift mich einfach so ein. Also, ich werde euch noch ein Video zeigen, wie man das daumen kann. Also, installieren kann. Das ist laut. Also, ich zeige euch, wie man das mal installieren kann und downloaden kann. Ja, das war kacke, Alter. Mhm. 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 Ich überlege, ob ich jetzt noch ein Let's Play buggeln kann. Also, ich fang da so neu an, aber ist noch nicht ganz neu. Also, ich mach den Anfang höchstens die Quest und dann... ...siebe ich mich mit meinen, äh, an meinen... ...du, ich fass down, Digga. Ja, Mann, ich merk's, Alter. Als Viecher, ey. ...und ja, wenn ihr jetzt fett, wenn ihr wollt, dann... ...kacke ich mich mit dir auf. Okay, Leute. Äh, ich fass mich dann erstmal. Hast du noch die letzte Worte? Nö. Ciao. Okay, okay. Okay, also haut rein, Leute. Ciao!